Hallo Nation, Markus Kröscher hat das heute zum BVB bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind. Zurück zum Thema. Bevor Sportdirektor Markus Kröscher seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt langfristig verlängerte, war er mit Borussia Dortmund verbunden. Nun äußerte sich der Hessen-Manager zu den Gerüchten. Unterdessen brachten vor allem Sky und Bild Markus Kröscher sehr intensiv mit Borussia Dortmund in Verbindung. Der große Plan bestand beispielsweise darin, die Lücke, die das bevorstehende Ende von Generaldirektor Hans-Joachim Watzke hinterließ, künftig unter anderem mit dem Sportdirektor von Eintracht Frankfurt zu schließen. Den Spekulationen entgegnete er, indem er Anfang April einen bis 2028 gültigen Vertrag unterzeichnete. Kröscher stellte im Doppelpass von Sport ein auch das Gerücht klar, dass es konkrete Gespräche oder Verhandlungen mit dem BVB gegeben habe, auf keinen Fall. Für mich gab es nur Eintracht Frankfurt, natürlich tauschte man sich in Treffen mit den Verantwortlichen des BVB aus, erst im März kam es zu einem direkten Treffen der beiden Clubs. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.